Die Bilder gehen mir nicht aus dem Kopf. Sie begleiten mich, wohin ich gehe. Mal als Träume, mal als Vision im grellen Tageslicht. Und die Frau, die auch Sirius' Tod zu verantworten hat, hat sie mir in den Kopf gesetzt. Zusammen mit diesen neuen, seltsamen Fähigkeiten, deren Tiefig es jetzt zu verstehen beginnt. Sie sind der Beweis dafür, dass das, was mir die letzten Tage passiert ist, real ist. Und ich hoffe, dass die Magier im Ark die Antworten haben, wie der Söldner es versprochen hat. Nicht nur auf meine Fragen. Etwas geschieht mit dieser Welt. Etwas, das Vieh in Blutrausch verfallen. Die Toten aus ihren Gräbern auferstehen und friedliche Menschen zu mördern werden lässt. Und ich spiele eine Rolle darin. Ob ich es will oder nicht. Die Toten aus den Zischen Musik Musik